Ja, okay, hab auf. Ja, das ist gut, dann hab ich ja so einen menschlichen Timer. Lässt du da einmal eine Stoppuhr laufen, oder was? Ne, ich seh das bei Elgato. Da steht, wie viele Minuten wir schon aufnehmen. Cool. Das dürfte bei OBS aber auch stehen. Nö. Also kann man bestimmt einstellen. Bin ich rot oder nicht orange? Ach, verdammt, du bist orange. Ich bin da gut. Ja? Ja, soll ich mich ja auch wieder killen lassen? Ich würd mal sagen, wir spielen jetzt eine andere Rolle. Weil die ist ein bisschen zu heavy. Wahrscheinlich für mehrere Leute. Danke für Lakeside. Lakeside, das heißt... Oh! Und wer bist du, der stolte Lortes? Hm, okay. Das haben wir hier noch nicht gehabt, die Märkte. Wollt ihr drauf kommen? Und die... Laden, beladen, beladen, beladen. Oh, wo laden, wo laden? Oh, laden, wo laden. So, guck an, guck an. Oh, ich bin der... Oh, ne Taschenlampe. So, dann können wir uns ja jetzt einmal hier so keinen Überblick verschaffen. Ja, warte, warte, warte. Hier unten ist auch noch ein Raum. Na, nicht drüber springen. Hier ist noch eine Taschenlampe. Ei. Ich brauche eigentlich ein Wefflein. Wo kommt man denn hier rüber? Warte, hier schon oben? Hä? Ja, das war ja die Aufheime runter. Jetzt geht's ans Eingemachte, Jungs. Leave the mill. Two more. Ja, das ist ein guter Auftrag. Einfach erstmal raus. Feuerwehrack ist geil. Damit hast du einen Jackpot. Das Ding, das ist Hammer. Das rockt richtig. Da, für jemanden noch eine Waffe. Das Ding rockt. Da, wer will die Waffe? Da, wer will die Waffe? Ich hab keinen Platz mehr. Ich auch nicht. Ich guck gerade mal oben, ob noch da was ist. Jetzt muss ich ja gerade mal was machen. Wer ist denn da und kann mir zuschauen? Ich. What is love? Hier liegen noch zwei Ängste. Guck mal, mein Feuerzeug. Guckst du? Da, guck mal. Ich seh bei dir aber nichts in der Hand. Ich seh nur ein Leuchten. Guck mal da. Oh, lecker. Ich hab die von innen gesehen. Kennt ihr Razor Line? Ja, ne? Er kennt das nicht, Mensch. Guck mal, ich hab'n Feuerzeugte Zombie. Guck mal. Ah, hier. Hier. Ich glaub, ich glaub, das findet der sehr gut. Guck mal, hier, ich hab' Feuer. Heu. Tata, voll, voll. Tata, voll, voll. Boah, hab' ich grad' erschrocken. Der Schwede, der ist so... Oh, oh. Du führst zum Thema warten, ne? Wo seid ihr lang? Ich bin vorne, ich bin vorne, ich hab' das Tor aufgemacht. Bist du über die Bank gehüpft? Nö, äh, wo wir angefangen haben. Guck mal, ich hab' Feuer. Huber. Oh, ich leg' da mal hier ein paar Zombies noch um. Verschwende jetzt nicht die... Oh, ich hab's kaputtgemacht! Was haben Sie gesagt? Ich hab's kaputtgemacht! Nein! Ich hab's kaputtgemacht! Kind! Ich hab's Kind! Hahaha! Man kann's kaputtmachen! Hahaha! Oh, wenn jemand was kaputtmachen kann dann nicht! Ach, du Kacke! Hahaha! Das ist ja witzig! Hahaha! Das ist ja witzig! Zombies bewegen sich! I'm done to follow! Okay, perfekt! Dann räumen wir mal ein bisschen aus hier! Haha! One Zombie down! Was willst du hier? Boah, Till! Ey, was war das? Ich hab' nicht vorgeschoben! Guck mal, ein Kind! Ey, wo seid ihr? Wo bist du? Hey! Sag mal, warum... Aber ich glaub, hier geht's weiter! Ja, bei mir geht's glaub ich weiter! Juhu! Hier! Ja, ich komme! Ich bin da! Ich guck mal, wie viel Munition ich hab! Ich hab' noch sechs Schuss! Ist der tot? Ja, ja! Er ist tot! Der macht nicht mehr! I got nothing left! Oh, ein Wasserfall süßer! Ein geschmeidiger! Hui! Ich bin das geworden! Oh, wie romantisch! Warte! Ich muss mal gucken, ob das Feuerzeug hier noch... Hahaha! Guck mal, es brennt noch! Im Wasserfall! Wollen wir mal hier reingucken? Vorsicht nicht! Du läufst ja nicht ins Wasser! Oh! Ich glaub, da stirbst du! Das war knapp! Die Tür ist zu, glaub ich! Und dann kriegt ihr die auf! Musst du mal dagegen hauen? Ne! Ist zu... Ist... Locked! Okay! So, ich geb dir Licht! Hier ist... Ich hab auch ein bisschen Licht! Oh! Alter, du... Warum lässt du dich denn schon sofort anknabbern? Hey! Ich... Ich brauch halt ein bisschen, bis die... Die Axt... Oh! Er steht auf Biss! Ich brauch Pillen! Warte, 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 warte! Ich hab hier... Ich hab hier da! 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 Rechts, 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 rechts! Hier! An der Tür hier! Da, wo ich hinscheine! Ja, warte! Ich... Ich geh mal in Sicherheit, um die grad zu nehmen! Ja, gönn dir! Genau! Mal das Ding noch nicht auf! Lass erst mal hier gucken! Ja! Tabletten! So! Also die Map ist auf jeden Fall nicht so voll mit Zombies, ne? Das finde ich mal ganz gut! Boah! Gott sei Dank! Sagt der und plötzlich kommen Zombies! Ja! Aber es ist noch überschaubar! Also eben, in den kleinen Räumen, das war schon zu viel! Boah! Hinter dir, hinter dir! Es rennt! Ah! Verdammt! Sag jetzt nicht, du brauchst die Film! Was? Nein, nein! Oh, er rennt! Oh, er rennt! Weg! Weg! Boah! Mein Gott! Feuer! Ich bin der Feuerwehrmann! Ja, ich bin der Müller-Milchmann! So, ich hab gehört, ihr brennt! Wir brennt der Helm! Habt ihr zufällig den ersten Hilfekasten? Oder so? Ja, ich! Ja? Ja! Brauchst du den? Es ist gewittert, ne? Mach mal! Gewitter! Hier! Da war ein Gewitter! Perfekt, danke! Da war ein Gewitter! Es ist abrücken! Was? Haha! So, ich verärzte mich mal so'n bisschen! Boah, da kommen ja immer mehr, ey! Was soll denn das Scheiß? Was soll denn das Scheiß? Was soll denn das Scheiß? Aber Arnie nicht schuld! Bin ich gekommen bei Schiffen? Ey, du bist zu kurz vorm Abtreten! Boah, das Bayonett ist richtig geil! Hilfe! Mein Freund, du stirbst bei uns! Hilfe! Ich hab die Opas nicht kommen sehen! Weil die so schnell sind, ne? Das ist ein hartnäckiger Bisschen! Nein! Boah! Das war knapp! Oh nein! Nein! Verdammt! Verdammt! wer ist denn tot gestorben? Ich stehe auf, tötet mich! Ah...ich bin auch tot! Tilphi, du bist unsere reichten Oh, guck mal, wie toll das hier aus dem Waggon rausläuft! Die alte Suppe! Waterinas Ja, ähm, kommt der eigentlich irgendwann wieder, oder? Ähm, wenn du gestorben bist, glaube ich. Nur wenn ich gestorben bin? Ja. Dann sterbe ich nicht, oder? Nee, dann nicht. Ich gucke mir gerade hier die Map so ein bisschen an, wie es hinten weitergeht. Ist ja schon ganz schnuckelig eigentlich, also, sehr, sehr cool gemacht. Oh, diese Waffe ist so genial. Mit dem Bayonett oben drauf. Ah, hier. Maschinenräume und, äh, ja. Und Co. Wird auf jeden Fall noch düster hier. Düster, düster. Übel, übel sprach der Dübel und verspannt in der Wand. Ich gucke mich schon mal da um, wo die ganzen Zombies herkommen. Tunnel, Exit. Ich bin ja auch gebissen. Ach komm, lass mich jetzt auch umbringen. Nein, warte! Der letzte Kampf von Tilly Fee, er blutet aus seiner rechten Hosentasche. Aus seiner rechten Hosentasche? Ja. Ja. Nee, da, guck dir das nochmal an, aus der rechten Hosentasche. Alter Schwede, wie weit müssen wir denn noch? Heftig, ne? So. Wir haben so ungefähr, ich würde mal ganz grob schätzen, sieben Prozent der Map geschafft. Wenn überhaupt. Wenn überhaupt. Wenn es hochkommt. Und Jungs, jetzt nicht sofort verrecken. Nein. Nee, hatte ich nicht vor. Feuerwerk, ja, ich jetzt. Wenn ich euch einen kleinen Tipp geben darf, nehmt, so oft es geht, die Machete. Ich finde die Feuerwerks nicht schlecht. Die ist auch sehr geil, die ist ungefähr auf dem selben Löffel, würde ich sagen. Ja, ne? Ja, sagen wir mal so. Okay, wollen wir das Tor aufmachen? Warte, 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 warte. Hä? Aber nur gegenknallen. Ja, hab ich doch die ganze Zeit. Ja, mit dem Kopf voraus, ne? Oh, oh. Boah. Ey, was? Guck da. Du alter Jochen. Ja, ja, super. Gab's in dem Haus wieder Pillen? Pillen hab ich noch nicht gefunden. Muss mal oben gucken. Scheiße, ich verwandle mich schon wieder. Wie bewege ich mich so? Du verzögert ihr auch? Euch auch? Also, heute hab ich jetzt nicht so'n' Run. Also, oben sind keine Pillen. Warte mal, äh... Ich sollte mich beeilen. Also, hier ist nix. Und, ne, ne? Ne, ne, also, ich glaub, hier gibt's nix. Warte, dann sprinte ich mal durch zwischen den Zombies hier und guck, ob ich irgendwo Pillen finde. Nach links müssen wir, ne? Ja, nach rechts, nach rechts, nach rechts. So, Machete. Machete ist immer gut. Hin, hin. Ja, das ist... Hin. Wo haben wir die denn eben gefunden? Hier liegt ein Schlüssel, ne? Warte mal. Find me to back door. Ey, das ist gut. Wir haben ja auch jedes Mal... Ja, hier, komm mal mit. Wir haben jedes Mal ne andere Mission, ne? Wo gehst du hin mit dem Schlüssel? Hä, war doch nicht der Raum? Der Raum war doch auf der anderen Seite. Achso, ja, warte, dann schnell. Ah, bitte, bitte. Also, bei jedem Start können wir, glaub ich, ähm, eine von zwei Missionen haben. Also, das kann sich ändern. So, hier, hier ist er, hier ist er. Ach, genau. Ja, leuchtet auch weiß. Ist, ist richtig. Ich seh gleich nichts mehr. Bruder, ist korrekt, ja. Schlüssel reinstecken. Ne, der... Reinstecken. Du musst mit dem Schlüssel rein. Ich kann nichts mehr machen. Ja, geh mal weg da. Ich, weil, ich kann... Okay, ich hab'n, ich hab'n. Hä? Aber er ist tot. Er ist tot. Ich, äh, er steh' jetzt auf. Warum bist du tot? Weil er gebissen wurde. Ja. Achso. Ja, das war's. Ruhe, entschädliche Zehen. Hier liegt ne Waffe... ...und Zymbis. Boah, hab ich verjagt. Ein Kind. Boah, das war der Schock meines Lebens, ey. Oha. Mein Schock war... Mein Schock war eben, wo Till einfach das Gatter kaputt gemacht hat. Boah, bist du jetzt auch verreckt? Ja. Mann, wegen diesem Pyjama-Mädchen da. Das hat mich übers Fettig gemacht. Verdamm. Mann. Das ist traurig. Wir waren schon so weit. So, kurz hier die Nachrichten gecheckt. Ne, du musst ja nur 5 Minuten nicht aufs Handy gucken und hast direkt... Oh, die Skate im Bewezen! ...Millionen Nachrichten. Ach, richtig. So, Haus ist Klee. Oh, hier sind Waffen und Munition. Ja, du bedienst dich jetzt nicht. So, noch nicht. Ihr seid doch tot. Ist doch alles für mich, oder? Ja, äh... Hier liegt noch ne Feuerwehrachs zu packen. Da, da hast du noch nen Schlüssel. Den brauchst du. Ja, aber ich... Ich lass mich jetzt umbringen, weil... Weil es der Keto-Lock-Door. Da. Achso, ja. Genau. Lass dich einfach mal... ...rechte schön anklären. Ne, warte, warte, warte. Ey, und ihr konzentriert euch jetzt mal ein bisschen. Ey, ich... Ich war voll konzentriert. Aber da kam dieses verrückte Pyjama-Mädchen aus dem Nichts. Und wie erklärst du... Erklärst du Kit 10, der gleich in den ersten 10 Sekunden irgendwie... Ich bin... ...dich infizieren lassen? Ich verstehe auch nicht, wo er gemissen wurde. Ja, dann... Dann wer? V. Schlagen. Es gibt so viele Möglichkeiten. Ehrlich. So, ich hab jetzt Pillen aufgesammelt. Wenn jemand Pillen braucht, bitte rufen. Ja. Pillen! Ja! Warte, bevor wir weitermachen, muss ich gerade eine Aufnahmepause machen? Ja, ich auch. Bis gleich. Dann mach ich das auch gleich mal.